Willkommen zur zweiten Runde Freiheit in der Kulturachse. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Kulturachse steht ja für die Überwindung von Grenzen und diese Ausstellung der Folgendes her, dass die eigentlich alle Grenzen sprengt. Wir haben hier quer durch die Generationen, quer durch die Geschlechter, durch die Kultur, Nationalität und Technik alles, was das Herz begehrt. Beginnen wir. Das ist der Tom Phelan, ein Künstler aus Irland, der in der Wiener Kunstschule unterrichtet mit seinen Soundclouds. Dann kommen wir zu einem vielfältigen Künstler, Kriegsfotograf und künstlerischen Fotograf und ich möchte euch gleich auf dieses Bild hinweisen. Da ist nämlich ein Künstler darauf abgebildet, wie wir auch alle sind, der Form in der Mensch und das heißt Goldhaugensticken ist, so wie Holzscheitl. Knien. Knien. Sehr unfrei. Eine wunderschöne, limitierte Sonderebition von Gerhard Ahrer. Sechs Stück. Dann flankiert von der Monika Frank mit ihren Verflechtungen. Die kennen sich übrigens zufällig, ist ja auch sehr interessant. Wir haben jetzt wieder 26 Künstlerinnen und Künstler, das heißt, bei den zwei Freiheitsausstellungen haben wir in kürzester Zeit über 50 Künstler und Künstlerinnen mobilisiert. Das zeigt, dass das Thema sehr präsent ist. Hier ist eine Künstlerin, die aus Russland kommt und in Österreich lebt, mit einem Zyklus aus vier Arbeiten und da geht es natürlich um die Freiheit und die Freiheit des Denkens. Und daneben ist eine Fotokollektion von Andreas Müller. Wie man sieht, habe ich gleich sein Sujet genommen für die Filmkrachter. Auch er hat sich viel Gedanken gemacht über die Freiheit des anderen, zweites Fühlens. Es werden dann die Texte der Künstler und Künstlerinnen, die etwas darüber geschrieben haben, auf dem Tisch liegen zur Nachlese. Hier kommen wir zu, übrigens ja, was ich noch nicht gesagt habe, wir haben die Wände eingeteilt in Techniken. Wir sind jetzt bei der ersten Wand, das ist eine grafische und fotografische Wand, dann kommt eine malerische Wand und am Ende kommt die hafische Wand mit den Objekten. Und das hat sich gefügt, weil ich weiß eigentlich gar nicht am Anfang, was ich für Arbeiten erwarte. Und dann ist es immer eine Überraschung, wie gut sie zusammenpassen. Das ist Edward Saustadt. Er ist ein englischsprachiger Künstler, der auch zwei Kinderbücher herausgegeben hat. Das ist Judith Rausenegger. Hier ist das Glück erklimmen mit den Fotos. Und unten haben wir eine Serie von Hans Glaser, der Wegbegleiter der Kulturangse der ersten Stunde. Hier kommt ein sehr interessanter jüngerer Künstler, ein Konzeptkünstler. Der hat hier präsentiert verschiedene, das sind Satellitenaufnahmen, übereinander geschichtet. Von Gefängnissen mit Zwangsarbeit, von Refugee Camps. Und dieses Dunkle hier ist so dunkel, weil er schichtet tatsächlich 60 Satellitenaufnahmen übereinander. Auch hier gibt es einen Text. Hier ist auch ein sehr interessanter Künstler, Panto Trifkovic. Er ist Künstler, Galerist und Dragqueen. Und er thematisiert hier, wie schwierig es ist, für eine Dragqueen in Wien in ein Taxi zu steigen. Also so frei sind wir hier noch nicht. Das ist der Domi Nevesch noch einmal, den wir vorher schon im Foto gebuchet haben. Und nun kommen wir eben zur malerischen und zeichnerischen Wand. Und das beginnt mit der Freiheit der Frauen, mit der Katharin Palmerio. Man kann sie drehen. Schauen wir mal, ob sie sich befreit. Hier auch. Und da ist sie noch einmal. Ich denke schon, dass sie es schaffen wird. Sie hängt neben der Marta Calendazze, eine georgische Künstlerin, die auch in Wien lebt. Und die hat sich auch so ergeben, dass wunderbar eigentlich ihre Collage zum Arbeiten von der Katharinen passt. Das sind so die herrlichen Gegebenheiten. Jetzt kommen wir zu einer polnerischen Künstlerin, Malta Shata Kugler, mit ihrem Damespiel Yes, I love it. Alles interessante Frauen, die etwas zu sagen haben. Und daneben eine idyllische Arbeit. Sehr oft wird Freiheit auch mit Glück und Idylle verbunden. Hier ist die Annika Friedrich mit sehr schönen Zeichnungen, wie ich finde. Sie spricht eigentlich über die Freiheit der Idylle und des gemeinsamen Erlebens und der Natur. Flankiert von einer Künstlerin, die aus Serbien kocht und dort ihre Kunstausbildung genossen hat, die Slajana Visekuna, mit sehr ansprechenden, abstrakten Arbeiten. Nun kommen wir zur haptischen Wand. Und das beginnt mit einer Künstlerin, die sich Villa Rakuenten nennt, nach ihrer Urgroßmutter. Und sie ist in Kanada geboren und ist in Mexico aufgewachsen. Und deswegen haben wir hier spanische Arbeiten, nicht Kolibri Libre, der freie Kolibri. Und nun kommt wieder ein Wegbereiter der Kulturachse, ich freue mich sehr, dass er mitmacht, Bernd Schaudinos, ein Künstler und Aktivist. Und diese Werkstücke hier hat er gestaltet, damit man die Freiheit fühlen kann. Es sind hier Magnete und Holz und Breitschrift und man kann die Nägel verschieben. Dann kommt Erdo Wachinger mit einem japanischen Freiheitskämpfer aus der Serie Kami. Rangt hier oben und bewacht uns. Dann kommt Brigitte Saugstadt. Sie hat Journalik studiert, auf der angewandten Chemie. Sie ist noch viel gereist nach Indien und thematisiert die Freiheit im Tanz. Sie ist bereits verkauft, noch vor der Eröffnung. Dazu hat sie zwei Papierarbeiten auch gestaltet für uns, die sich intensiv mit der Freiheit auseinandersetzen. Wir kommen nun wieder in die Idylle der Freiheit. Das ist die Textilarbeit von Aurelia Lois. Die Rose, die Schnecke und die Rosette. In bester Begleitung von einem fröhlichen Kaktus, der nicht nur seine Stachel zeigt, sondern unser Freund von Wolfgang Peleutner. Und daneben eine Textilarbeit von der Helga Hofer. Hier sieht man Menschen, Einzelne und ein Doppelporträt und ein schönes Siegelblut. Getupft und ungetupft. Hier kommen fünf Arbeiten von Familie Kami, die Wagenhofer. Die Sprecher sind extra für die Ausstellung gemacht worden. Und da gibt es dann auch sehr interessante Texte, was er sich gedacht hat zur Freiheit. Zum Ende haben wir dann ein paar mystische Arbeiten. Das ist der Vogel und das ist die Uli Klepalski. Und hier haben wir den Käfig von der Martina Eder. Never lock or look, lock the door. Nicht never look at the door, never lock the door. Und darunter eilt sich ein Akt von Valerie P. Und da ist die Uli Klepalskarte. Und dann werden wir Marketing bei der Höhepalade mit dem Hauptmannsar. Und dann wird der Steuerung gesetzt. Und dann wird das Stück besser gesagt, das ist ein Aktivierstag. Und dann wird das Stück besser gesagt, das ist ein Aktivierstück. Und dann wird das Stück besser gesagt. Und dann ist das Stück besser gesagt, dass das Stück besser gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020